Mein Name ist Alexander Loske, ich bin der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Schweich und war Einsatzleiter beim Verkehrsunfall heute Nacht auf der B53 in Höhe der Obsthaft Köhlich. Ich wurde gegen 4.10 Uhr alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Mosel, bei dem nach Angaben des Fahrers alle Personen bereits aus dem Fahrzeug selbstständig retten konnten. Nach einer ca. 10-minütigen Suche mit einem Sonargerät konnten wir den Pkw in sieben Meter Tiefe auf dem Flussgrund orten. Dazu wurden auch die Taucher der Feuerwehr Trier alarmiert, um das Fahrzeug nochmal zu kontrollieren, die Ortung zu bestätigen und letztendlich die Bergung vorzubereiten. In Zusammenarbeit mit dem Wasserschifffahrtsamt konnte dann gegen 9.30 Uhr der Pkw aus dem Wasser und aus der Mosel entfernt werden und die Schifffahrt wieder freigegeben werden.